Mit dem System Medianav können Sie Ihre Fahrten an Bord des Dacia Spring angenehmer machen. Drücken Sie im Systemmenü hier, um auf das Radio zuzugreifen. Drei Modi werden zur Verfügung gestellt. Normal Liste oder Voreinstellung Im Modus Normal können Sie automatisch oder manuell nach dem gewünschten Sender suchen. Drücken Sie auf diese Taste, um zum nächsten oder zum vorherigen Sender zu gelangen. Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie manuell Punkt für Punkt nach Ihrem Sender suchen. Der Modus Liste zeigt Ihnen die Liste der im System verfügbaren Radiosender in alphabetischer Reihenfolge. Treffen Sie Ihre Wahl, indem Sie die Liste mit der Pfeiltaste durchsuchen und auf den gewünschten Sender drücken. Im Modus Voreinstellungen können Sie Ihre Lieblingssender speichern. Um den Sender zu speichern, den Sie gerade hören, öffnen Sie die Voreinstellungen, wählen Sie einen beliebigen freien Slot. Drücken Sie auf diesen und halten Sie ihn gedrückt. Warten Sie das akustische Signal ab. Das war's schon. Mit Optionen können Sie die Radiooptionen konfigurieren. Über das Media-Menü haben Sie Zugang zu allen externen Quellen des Systems. Mit diesem Schalter wählen Sie Ihre Audioquelle. Sie können zwischen einem über Bluetooth verbundenen Gerät und einem Gerät am USB-Anschluss oder am AUX-Audio-Eingang wählen. Hier können Sie Ihre Audiodateien abspielen.